Buenos Dias Amigos, Trend Trader hier. Es gibt wieder ein neues Update. Ich versuche in Zukunft, wenn viel passiert, die Videos kürzer zu machen und dafür eben in einer häufigeren Frequenz hochzuladen. Gebt mir gerne einen Kommentar dazu, ob das euch so besser passt. Ich denke einfach der eine oder andere fühlt sich da etwas besser aufgehoben. Wenn er bei all den News, bei all den FOMO oder auch bei dem FIA da draußen am Markt einfach häufige Updates bekommt, rational betrachtet, was der Markt uns eben gibt. Und möglichst ohne Emotionen, möglichst versuchend, dass die Daten einfach basierend oder die Meinungen, die ich bilde, basierend auf den Charts ohne stattfindet. Also im letzten Video hatte ich ja kurz erwähnt, dass es keinen Grund zur Angst gibt, dass es grundsätzlich nicht empfehlenswert ist, bärisch zu sein, wenn wir uns im Bottom-Bereich befinden, wenn wir quasi einen großen Sell-Off haben oder hatten, der über Tage hinweg geht. Und das hatten wir vor allem ja immer, wenn man morgens aufgewacht ist. Wir in einer westlichen Zeit stehen morgens, sorry, europäischer Zeit stehen morgens auf und Asien hat geschortet, beziehungsweise den Markt einfach gedammt. Und davor war es gefühlt jeden Tag, wochenlang so, dass immer nur grün alles war. Jetzt haben wir eben rot, wenn wir morgens grundsätzlich aufwachen. Das hat jetzt im Endeffekt eine ganze Woche lang. Das hat den einen oder anderen ein bisschen panisch gemacht. Und dementsprechend im letzten Video gesagt, Leute, es gibt keinen Grund zur Panik. Wir wissen zwar noch nicht, ob wir eine Trendwende oder ein Pullback bekommen, aber es ist grundsätzlich erstmal aus Perspektive eines Traders nicht sinnvoll, bärisch zu sein, nachdem Abverkauf stattgefunden hat, insbesondere da viele Charts im Support-Bereich sind. Wir sehen ja auch seit dem letzten Video, wir hatten den Daily Close gestern, jetzt bei Bitcoin zum Beispiel, wir hatten einen kurzen Recovery von 4%. Ist nicht viel grundsätzlich, aber für so einen großen Coin wie Bitcoin und auch Ethereum, roundabout 6%, ist das schon eine Wucht. Ihr seht es ja auch, wenn ich mal ein paar verschiedene Charts angucke, GMX zum Beispiel, ist ja in die Support-Zone reingefallen. Wir können sehen, abgeprallt, AI, das Gleiche. Wir hatten ja eine Breakout-Formation, ist wieder eben rein, auch hier wieder im Support-Bereich. Abgeprallt und so haben wir das mehr oder weniger klar oder nicht ganz so klar bei einigen Charts. Nicht jede Chart hat dieselbe Level of Klarheit, wo man relativ klar sieht, oh okay, wir haben da einen ganz, ganz klassischen Support, jetzt prallt er ab. Bei manchen geht er auch ein bisschen tiefer, was einfach emotional ist oder, weiß ich nicht, gefettfingert worden ist oder was auch immer da noch passiert, das spielt gar keine Rolle. Manche fallen einfach ein bisschen tiefer, das Gleiche passiert in die andere Richtung. Manche pumpen auch etwas höher, wenn es so weit ist. Aber wir sehen es ja, wenn ich jetzt keine Ahnung was gucke, hier PolyX zum Beispiel, da ist der Support, ja doch, der war eigentlich relativ gut ersichtlich. Wir können es ja sehen, wir hatten damals hier mal Support gefunden. Wir waren hier in der Akkumulationsphase, jetzt eben von hier ein Push. Ich meine, der wird jetzt gerade, warum auch immer, gepusht von Bottom nach oben, 50% an einem Tag. Token das Gleiche, ein guter Pump aktuell, knapp 30% heute. Ondo hat hier ebenfalls einen ziemlich starken Sell-Off gehabt. Auch hier wieder kann man sehen, Moment, Support gefunden. Hier in diesem Bereich, wo er damals akkumuliert hat. Und so könnt ihr mal eure Charts durchgehen. CTC zum Beispiel, Ausbruch, auch hier wieder Support gefunden. Also im Endeffekt, die Botschaft im letzten Video, hoffentlich war klar, dass man vorerst temporär erstmal nicht bärisch sein sollte. Nachdem man schon so einen längerfristigen, eine Woche lang ist schon relativ lang für Krypto, einen Abverkauf hatte. Quasi fast jeden Tag nur mit roten Kerzen geschlossen haben. Und da ist halt irgendwann erstmal Schluss. Und die meisten werden dann extrem bärisch. Wenn dann schon eine Woche lang der ganze Marke blutet, zweistellig fast jeden Tag. Bei einzelnen Altcoins, die Altcoins im Endeffekt, einen extrem großen Bounce gemacht. Wenn ich gucke, Ethereum von der Spitze bis zum Low 25%. Das ist extrem, extrem viel. Und im Endeffekt dem letzten, dem letzten temporären All-Time-High. Also die Altcoins im gesamten Kryptomarkt, die hat es dann heftig erwischt. 50%, also 30%, glaube ich, Minimum jeder. Und dann aufwärts bis zu 50, 60 und auch mehr. Insbesondere Meme-Coins. Meme-Coins hat es extrem stark getroffen. Wenn ich gucke, was hatten wir hier für einen Bounce von 56%. Was haben wir hier noch? Bonk. Schauen wir uns Bonk mal an. Bonk hat auch einen sehr, sehr starken Dump vom letzten, was auch ein All-Time-High war. 60%. Also das ist schon eine Wucht. Das ist grundsätzlich, wenn man Trading betreibt, egal ob irgendwie Day-Trading oder in meinem Fall Swing-Trading. Erstmal Bullish-Long zu gehen nach einem langen Abverkauf. Ich habe es im letzten Video gesagt, das Gehirn verarscht einen so ein bisschen und wenn halt gefühlt jeden Tag rot ist, dann denkt man, es geht immer so weiter und immer und immer und immer so weiter. Und das sind quasi die Falle, in die wir Menschen quasi reinfallen. However, was ich euch heute zeigen möchte ist, und zwar, ich gehe mal auf den Wochenchart, dass wir ein bisschen rauszoomen und schauen, wo wir sind. Bitcoin zum Beispiel kann man sehen, der hat ja ein komplett neues All-Time-High erreicht. For roundabout 74.000 Dollar-ish. Kommt darauf an, auf welcher Börse, ob Spot oder Perpetual. Aber roundabout 74.000 Dollar. Und dann jetzt kommt hier erstmal eine Erholung. Wir sehen auch hier, damals hatten wir hier extrem lange auf dem Wochenchart Widerstand. Auch hier erstmal wieder Luft gefangen. Der Preis ist erstmal gefangen und hier genauso. Wir hatten quasi hier eine Confirmation nach oben. Jetzt kommen wir quasi in diesen Bereich rein. Ethereum sieht ähnlich aus. Er hat auch hier erstmal Widerstand gefunden und das ist nicht ohne. Das ist schon mal ein bekannter Widerstand gewesen und erstmal einen Sell-Off gehabt. Die Charts, oder beziehungsweise der Chart, der mich am allermeisten aktuell interessiert, ist Total 3. Das ist die komplette Machtkapitalisierung ohne Bitcoin und Ethereum, aber inklusive der Stablecoins. Wenn wir es da mal schauen, dann erkennen wir mehr oder weniger ein ähnliches Verhalten. Wir hatten damals nach dem All-Time-High Ende 2017, nebenbei wird eine geile Zeit. Ich war dabei, war mein erster Bull-Markt. Hatten wir, könnt ihr sehen, wir kamen ja quasi in diesem All-Time-High und hatten dann hier so ein rumgefammelt, aber auch einen guten Dump. Wenn man mal guckt, wir hatten dann mal hier einen Dump an Total 3 von knapp 35%. Jetzt auch hier, wir hatten Ausbruch, wir hatten diese Imbalance komplett gefüllt. Es ist zwar kein All-Time-High und das ist ja auch das, was mich so bullisch stimmt. Es ist um einiges früher passiert. Jetzt haben wir hier auch so ein, ich nenne es mal so ein Gefambel. Wenn ich mal gucke, hier von der letzten Spitze bis nach unten ebenfalls knapp 18, 19, 20% vom aktuellen, letzten lokalen Top. Und da ist noch Luft nach oben. Für die All-Coins besteht aktuell hier noch Luft nach oben. Wenn ich mir mal das letzte All-Time-High angucke, das haben wir hier oben gehabt, also bei roundabout 1,13 Trillion, dann ist da noch Luft nach oben. Das heißt, ich bin grundsätzlich, auch im letzten Video gesagt, bullisch gestimmt für All-Coins. Zumindest immer noch. Ich weiß auch gar nicht, ob wir in diesem Run, anders als in allen anderen letzten Runs, sage ich mal, wellenförmige Bewegungen haben. Damals war ganz klar, es war unten, es ging nach oben, nach unten, der Bull-Markt war vorbei. Im letzten Run hatten wir einen Double-Top, das war ein bisschen ein Unterschied zu den bisherigen Runs. Aber diesmal ist gefühlt, als hätte man mehrere Runs, mehrere kleine Mini-Bullen-Märkte und einen Bärenmarkt immer abwechselnd auf dem Weg nach oben. Aber wir sehen ganz klar, wir haben hier generell erstmal noch Luft zum Widerstand, weil wir haben nämlich hier, ich habe es euch möglichst fett markiert, wir haben hier nämlich Widerstandsbereich, also quasi in diesem Bereich. Und da kamen wir, wir kamen dir näher, wir sind noch nicht angekommen. Das heißt, ich will hier erstmal die Bewegung hier nach oben nochmal reinsehen. Und dann bleibt mal, ja, mal gucken, was passiert. Ob wir direkt nach oben schießen oder nochmal eine große Korrektur bekommen und dann nach oben schießen, bleibt abzuwarten. Das könnte ja auch sein, wir fumblen hier hoch und dann geht es wieder nach unten. Weiß ich nicht. Können wir erst dann sehen, wenn es soweit ist, wenn wir mehr Daten, ja, mehr Daten, mehr Marktdaten bekommen eben vom Markt zurück, um dann unsere Entscheidungen besser zu treffen. Aber aus Tradingperspektive, wohlgemerkt. Und auch hier nochmal vielleicht kurz eine Erinnerung. Man sollte meiner Meinung nach Trading und Investment komplett differenzieren. Das sind zwei, in Anführungszeichen, völlig verschiedene Dinge. Weil es ist auch noch, zudem kommt auch die Frage der Strategie, wie man investiert. Ich persönlich bin ein ganz, ganz großer Fan davon. Ich sage mal mit 90, 95 Prozent meines Kapitals vom Schwerpunkt her, mich auf dezentrale Small Caps, Micro Caps zu konzentrieren. Und ich trade vornehmlich, also fast ausschließlich, trade ich nur auf zentralen Börsen, eben auch zentrale Coins. Okay, also Coins, die auf zentralen Börsen gelistet sind. Die haben dann grundsätzlich um einiges mehr an Marktkapitalisierung, die haben mehr Liquidität und dementsprechend interessanter zum Traden und weniger zum Investieren. Klar, es gibt Ausnahmen. Aber der Schwerpunkt ist bei mir eben Trading auf zentralen Börsen, investieren auf dezentralen Börsen, Small Caps, Micro Caps. Nicht nur, aber fast ausschließlich. Und die dann auch wirklich eben im Long Term sind. Das heißt wirklich für die nächsten Monate oder ein bis zwei Jahre getrieben. Das werden wir dann sehen. Und dort kaufe ich nach. Bei solchen Dumps, die wir am Markt haben, das ist für mich dort Nachlegezeit, weil dann kommt die Liquidität. Zwar nicht ganz so viel, wie ich brauche, aber es ist schon mal besser. Also gerade bei Small und Micro Caps kann man fast gar nicht in grüne Kerzen kaufen, grundsätzlich in rote Kerzen. Deswegen, wenn wir Abverkäufe haben, wie auch immer, ich kaufe, packe sie mir ins Portfolio. Das heißt, ich bestehende Position werden ausgebaut, bis ich sie gefüllt habe, wie ich sie gerne voll haben möchte. Und oder auch komplett neue werden aufgebaut oder angefangen aufzubauen. Sollten wir tiefer runtergehen. Super. DPA, Dollar Panic Average, ist die Strategie to go für mich. Insbesondere für Small und Micro Caps. Aber vom Trading her bin ich grundsätzlich auch erstmal temporär, das schauen wir uns gerne mal an, eher positiv gestimmt. Also in ganz, ganz kurzer Sichtweise eher positiv. Langfristig müssen wir abwarten. Den zweiten Chart, den ich ganz interessant finde, ist unser Ethereum gegen BTC. Ethereum hat ja grundsätzlich sehr viel einstecken müssen im Vergleich zu Bitcoin. Das kann man sehen. Wir hatten hier im Endeffekt die Spitze im Dezember 2021. Wir hatten dann erstmal für Ethereum eine ganz, ganz gute Zeit. Ein Pullback nach oben. Nochmal hier im Bereich von September 2022. Und seitdem Down Only. Ich glaube aber, und das passt dann auch mit der These zum Total-3-Chart, dass wir erstmal, so wie hier, erstmal geht es nach oben. Wie weit bleibt abzusehen? Ich meine, wir haben ja nicht nur das All-Time-High hier oben. Wir haben auch nochmal, ich muss mal kurz den Magnet deaktivieren. Wir haben auch einen Widerstand nochmal in diesem Bereich. Muss man ganz klar sagen. Also im Endeffekt sehen wir es die. Wir haben diesen ersten Widerstand hier, den zweiten hier und den dritten. Klar, ein All-Time-High ganz oben. Bleibt abzuwarten. Aber es passt in meine These. Das ist eben meine These, basierend auf den Charts. Weil Ethereum gegen BTC eine bullische Formation einnimmt. Wir haben zwar hier, also wir hatten zwar, wir haben, Moment, ich muss andere Tool nehmen. Wir haben hier eine Imbalance. Und ich denke, das passt dann auch zur Formation. Ich zoome das Ganze mal ein bisschen näher ran für euch. Es passt zur Formation. Es geht hier langsam runter. Wir haben noch ein bisschen Luft. Vielleicht gehen wir noch mal einen Ticken weiter nach unten in diesem Bereich. Wobei wir können sehen, mit diesem Kerzenweg, wir kamen schon so weit unten. Wir haben hier so gut wie, nicht komplett, aber extrem viel der Imbalance schon abgefrühstückt. Vielleicht nochmal einen kurzen Sell-Off runter. Und dann geht es oben. Das weiß ich nicht. Aber overall sehe ich die Tendenz. Und jetzt mal gucken, wie der heutige Tag abschließen wird. Wir sehen es, vielleicht kommen wir hier schon, nicht dieser Tag, diese Woche, in den Higher Low. Aber overall, was ich gerne sehen möchte, und das passt dann auch eben mit meiner These, ist, ich male echt blöd. Sorry Leute. Mein Gott. Ich bräuchte einen Stift für sowas. Also quasi ein Gefumble nach oben oder ein Push nach oben. Ich zoome ihn noch mal ein bisschen raus. In diesen Bereich rein. Rund um 0,1 BTC pro Ethereum. Im Endeffekt, das würde ja auch passen mit dem ETF-Spot-Thema für Ethereum. Das haben sie ja für mal angekündigt, wohl wieder verschoben. Mal gucken, wie, wo war es. Aber das würde vom Thema passen, dass dann eben da mal Ethereum in seine Zeit bekommt. Ich meine, Ethereum hat ja auch noch kein neues All-Time-High gemacht im Vergleich zu Bitcoin. Nein, wir kamen schon so ziemlich hoch, aber wir haben kein neues All-Time-High erreicht. Das heißt, wir haben hier noch Luft nach oben im Bereich von 5.000 Dollar. Betrachtet man diesen Chart hier, also diese Ausbruchs- oder eine Formation, die tendenziell dazu neigt, nach oben auszubrechen. Tendenziell, wir haben nie eine Garantie. Plus Total 3 im Endeffekt, wo noch Luft bis hier nach oben ist, eher sogar noch bis hier nach oben. Und dann mal gucken, wie hoch wir kommen. Schauen wir uns dann auch noch die Bitcoin-Dominanz an. Was sehen wir? Und das ist auch das Beste für die All-Coins, wenn wir hier eine Seitwärtsbewegung haben. Wir haben ja aktuell eine Range. Man kann sehen, wir haben Low hier unten, wir haben das High hier oben. Und das Beste, was eben für die All-Coins passieren könnte, ist im Endeffekt, dass wir erstmal noch in dieser Range bleiben. Dass wir innerhalb dieser Range bleiben, in einem unteren Bereich runterkommen. Weil das könnte im Endeffekt genau die Luft sein, die die All-Coins brauchen. Quasi in der Bitcoin-Dominanz, die dann eher in der Seitwärts-Range ist. Im Endeffekt eher noch Tendenz runtergehen. ETH, BTC am Ausbrechen nach oben. Total 3 quasi nicht ausbrechen, aber auf dem Weg weiterhin nach oben. Und diese Kombination aus diesen drei Charts, also ETH, BTC, Total 3 und generell Ethereum, das All-Time-High noch nicht erreicht oder im Bereich von roundabout 5.000 Dollar noch nicht erreicht, lässt mich eher bullish stimmen. Dementsprechend bin ich auch hier weiterhin im Trading-Bereich auf der Long-Seite positioniert. Und was meine Small-Caps, Smart-Caps betrifft, da sowieso, da wird nicht verkauft, es wird immer nur gekauft. Dann noch kurz zum Abschluss schauen wir uns unsere klassische HEATH-Map an. Ich bin hier auf dem 7-Tages-Lookback. Da kann man sehen, wir haben hier Liquidität nach unten hindurch liquidiert, alles abgefrühstückt. Wir haben auch ganz klar nach oben im Bereich um die 74.000 haben wir noch die größte Hitze. Das sieht man hier auf dem 7-Tages-Chart, also eher hier nach oben betrachtet. Gehe ich aber weiter raus auf den Monats-Chart, dann sehen wir, wo die meiste Hitze ist. Und die ist nicht oberhalb. Wir haben zwar diesen Streifen oben und das passt dann auch zu dem 7-Tages-Heat-Map. Deswegen denke ich, es ist gar nicht so abwegig, nochmal einen Push nach oben zu erleben. Quasi, dass der gesamte Markt nochmal hochgepusht wird. Aber wir haben nach unten hin mehr Hitze. Lass mir ganz kurz 3-Monats-Chart anschauen, habe ich nicht gemacht. Wo stehen wir da? Ja, auch ganz klar hier nach unten. Also hier die Masse kann man sehen, ist unterhalb, nicht oberhalb. Jetzt bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, ob wir quasi in dieser Range bleiben, nochmal diesen Push nach oben erleben. Oder direkt die Reise geht nach unten. Das werden wir schauen, was kurzfristig betrifft. Ich persönlich fokussiere mich auf die Altcoins und zwar auf die Long-Seite der Altcoins, eben aufgrund der Charts, die ich gerade gezeigt habe. Schauen wir uns mal die Liquidation-Heat-Map an. Dann sehen wir auch ganz klar, die Masse ist short. Das heißt dementsprechend, wir haben so Roundabout-Level von 1 zu 2,5. Eher 1 zu 2,5. Das heißt auf jeden, der Long geht, gehen Roundabout zweieinhalb Trader im Schnitt short. Und dementsprechend haben wir eben hier Liquidation-Material oberhalb. Wenn eben Bitcoin eben jetzt, müssen wir mal gucken, ob wir hier Higher Lows generieren können oder sogar Higher Highs auf einem niedrigen Timeframe. Dann würden wir quasi erstmal auf dem Weg nach oben die ganzen Leute, die short gegangen sind, durchliquidieren. Wer weiß, das können vielleicht sogar zu einem schönen Liquidation-Event führen und dann quasi einen Short-Squeeze nach oben. In dem Zug dann quasi, wer weiß, wie hoch das geht. Noch einmal hier nach oben rein, noch einmal abfrühstücken und dann den Weg nach unten. Bleibt abzuwarten. Ganz neu noch, ich habe das mal für die Mastermind gemacht, aber solltet ihr euch auch grundsätzlich, wenn ihr den Traded anschaut, ist die, mein Gott, die nennen es Finanzierungsrate, Heatmap, ja, also die Funding Rate. Im Endeffekt, wie viel muss man bezahlen, wird man bezahlt, wenn man Long-Positionen aufbaut? Ihr könnt sehen, wir hatten hier in der Vergangenheit so bis zum 14. März extrem viel im Bereich Orange und Rot. Was bedeutet das? Nur als Beispiel, wenn ich mir Pepe angucke, für den 14. März 2024, dann hätte es, wenn man ein ganzes Jahr lang eine PayPal-Long-Position aufbaut, einen 200% Gebühren gekostet. Also hier kann man ganz klar sehen, die Masse ist mit Perpetual, also Future Trading, Long gegangen, hat nicht den Coin gekauft und jetzt kann man endlich sehen, mein Gott, endlich. Wir haben noch hier in der With, ist noch eine Ausnahme, aber Overall kann man sehen, die letzten Tage, da wird alles immer schön grün, dunkelgrün. Das heißt, es wird wieder normal, die Funding Rate normalisiert sich und bietet auch dementsprechend wieder Luft, eine Anführungszeichen günstige Funding Rate, bedeutet, Trader sind eher dazu geneigt, Long-Positionen aufzubauen und das heißt, das ist eigentlich ideal, um quasi einen Push nach oben dann auch zu finanzieren. Ihr seht es ja auch hier, bevor, also teilweise wahnsinnig hier, BNB war im Minusbereich, das heißt, man hat hier Geld bekommen. Wenn man Long gegangen ist, einfach nur, weil die Position auf ist, aber Overall kann man sehen, alles ist relativ grün, das ist sehr, sehr günstig, dann kommt der Hype, nach Grün kommt dann quasi, gehen wir in die helle Farbe Bereich, teilweise wirklich, ist verrückt, teilweise, wie gesagt, über 200% pro Jahr, hier, was haben wir hier bei Bonk? 312% pro Jahr, Wahnsinn. Ich meine, die Funding Rate, die kalkuliert sich bei fast allen Börsen, bei Roundabout alle 8 Stunden nochmal neu, abhängig davon, wie viele Long gehen, wie viel Spot gekauft wird, aber man sieht es ja, es ist eher dunkel, dann kommt der Push nach oben, dann wird quasi alles sehr, 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 sehr hell, dann kommt am Zug solche Flashes, das könnt ihr sehen, hier kam dann Flush, könnt ihr im Chart nachgucken, werdet ihr hier Flush sehen, sprich, komplette Durchliquidierung nach unten, es gibt einen Flush aus dem Markt, extrem viel Open Interest, wird quasi geclosed, weil die Menschen liquidiert werden, dementsprechend immer weniger perpetual, die Long Position aufgemacht haben und dann beruhigt sich die Funding Fee, die geht wieder runter und dann hat sie wieder angehoben und dann auch wieder, wieder ein Flush, beziehungsweise jetzt haben wir nicht mehr ein Flush, sondern wirklich eher ein längerfristiger, wie gesagt, schon seit einer Woche, knapp einer Woche, ein längerfristigen Ausbluten des Marktes, der Tod für die meisten Trader, weil die einfach null Geduld haben, aber das ist quasi die Vorbereitung meiner Meinung nach für ein nächstes Lack-Up im Altcoin-Sektor und deswegen bin ich eben, wie gesagt, aufgrund der verschiedenen Parameter, die ich vom Markt habe, bin ich eher temporär erstmal bullisch gestillt, vielleicht wirklich das Narrativ ist das ganze ETF-Spotthema für Ethereum und davon profitieren selbstverständlich der gesamte Altcoin-Markt. Gut, ich wollte es kurz machen, sorry, 19 Minuten, ich hoffe in dem nächsten Video wird es immer kürzer, 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 weil ich dann eben das, was gesagt werden muss, meiner Meinung nach sagen kann, gesagt habe und dann machen die Videos einfach kürzer. Bleibt am Ball, wenn euch das interessiert und das Ganze folgen möchtet, guckt euch jedes Video an von Anfang bis Ende, hinterlasst mir einen Kommentar, Daumen nach oben, Like, Abonnement, was auch immer möglich ist bei YouTube, hilft dem Algorithmus, hilft mir, mehr Menschen zu erreichen. In diesem Sinne, passt auf euch auf, ciao.